Hallo Leute, Birelli Lagren hier. Ich bin hier in Augsburg, am Django Reinhardt Festival in Augsburg. Und ich freue mich schon, weil ich komme schon mehrere Jahre hierher, immer wieder. Und es ist jedes Mal eine wunderbare Sache, hier spielen zu können, in diesem Festival. Viele Leute, viele Django Liebhaber, Publikum auch als Bestes. Danke. Musik 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 Musik